Hallo, neben mir steht der Heinz Schulz aus Chorweiler und auch heute werden wir euch wieder ein Melancholadeglied vorspielen. Heinz, Heinz, tu doch mal den Korn gerade wegstellen und nimm mal die Flöte. Wir wollten noch ein bisschen Musik machen, okay? Denn der Heinz, der wird mich jetzt auf der Flöte begleiten und im Background mitsingen. Viel Spaß! Wir haben viel gesehen, es mag euch seltsam erscheinen, wer da am Strand noch rum lacht. Ich hab im Urlaub Wolfgang Thierse gesehen. Hallihallo, wie geht's? Die Münzen sind gleich alle, doch es ist schön in diesem Land. Und heute früh am Morgen in der Frühstückshalle, rat mal, wer da am Buffet anstand. Und jetzt der Heinz mit dem Flöten-Solo. Hat noch nicht ganz geklappt, vielleicht klappt's mit dem Mitsingen, Heinz. Ich hab im Urlaub Wolfgang Thierse gesehen. 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 Ich hab im Urlaub Ich hab im Urlaub Wolfgang Thierse gesehen. Das war Heinz Schulz an der Flöte. Vielen Dank!